Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Aldi Angebots der Carrera Bahn Carrera Go mit 6,9 Meter Strecke. Jetzt schaffe ich es dann endlich. Heute Morgen haben wir ja schon Unboxing gemacht und mal kurz die Preise verglichen. Habe ich euch ein Video eingestellt. Verlinke ich euch auch falls noch von Interesse unter dieses Video drunter. Und jetzt in diesem Video soll es darum gehen, aufbauen, also installieren und Probefahren und Schnellfahren. Mal gucken, ob das so gelingt. Und ja, dazu wünsche ich euch in diesem Video viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.